Hi, ich bin der Chris von VWANGER und ich habe mir etwas bestellt, was ich euch natürlich zeigen werde, euch vorstellen werde und es mit euch zusammen an meiner Vespa verbauen werde. Viel Spaß beim Video, jetzt als erstes packen wir das ganze erstmal aus, los geht's! Ihr könnt jetzt auch schon sehen, von wem ich das bekommen habe. Es ist etwas von Celioni und wenn man sich meine Vespa so anschaut, was müsste da noch schwarz werden? Hm, richtig, das Rücklicht und nach einer langen, langen Zeit ist dieses Jahr jetzt endlich bei SIP bestellbar und da ist es auch. 1 Raum. Wie das ganze gleich aussieht, montiert, vielleicht auch mal im Fahren, zeige ich euch. Los geht's! So, ich hole das noch einmal für euch aus dem Karton raus, ein Langskabel mit Schalter. Wofür der ist, zeigen wir euch nachher auch. Wichtig, die E-Nummer, das heißt in Deutschland zugelassen. Sieht auf den ersten Blick sehr hochwertig verarbeitet aus, wie man es von Celioni auch gewohnt ist. Gut, kommen wir zum Einbau. Was muss ich zuerst machen? Mein Kennzeichen demontieren. Da auch das ein bisschen zu weit oben ist, bekomme ich sonst das Rücklicht nicht raus. So, als nächstes den 30er Torx und die Schraube einmal lösen und jetzt kann ich auch das Rücklicht schon nehmen und zu mir ziehen. Du hast die Stecker. Stecker abziehen und das schon mal draußen. So, hier ist das neue Rücklicht. Eigentlich bräuchte ich ja nur diesen Stecker. Jetzt haben die Jungs sich von Celioni, haben sich aber irgendwas einfallen lassen, wofür man diesen Schalter braucht. Ich glaube, das hat irgendwas mit einem adaptiven Rücklicht zu tun, dann blinkt dann irgendwas. Aber um das rauszufinden, muss ich den halt mit verlegen und um euch das auch zeigen zu können, werde ich das jetzt tun. Also eigentlich würde ich ihn jetzt einfach hier abklemmen und den so verbauen. Aber wir wollen das gleich zeigen und deshalb nehme ich den mal eben ab. Ich nehme den hier direkt am Schalter, nehme ich eben die beiden Anschlüsse ab. Dann komme ich hier schöner rein und muss nicht das ganze Ding aufschneiden. Schiebe die beiden Stecker einfach hier durch. Dort kommen sie raus und ich werde das Ganze nachher irgendwie hier oben ordentlich mit Kabelbindern, sodass der Schalter irgendwie hier drunter liegt. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass ich ihn brauchen werde, aber um euch das zu zeigen, mache ich das Ganze. So, jetzt nehme ich einfach den Stecker und schließe den an. Das sitzt auf jeden Fall nicht. Warum sitzt das nicht? Wir schauen mal. Alles klar, die Klammern fehlen. Also ich muss die Klammern nutzen. Die sollten nach Möglichkeit jetzt nicht abbrechen. Ich nehme die Klammern. Ich gebe das jetzt auf jeden Fall. Ich nehme die Klammern. Und dann mache ich das mit dem Treppe mal hier. Ich nehme die Klammern. Ich nehme die Klammern. Ich nehme die Klammern, die Klammern haben immer. zusammen und stecken die man hier drauf zweimal und jetzt sollte das ganze auch halten sehr gut sehr gut schraube wieder rein schick so schließen wir mal wieder die beiden kabel an das rote eigentlich ist egal ist ein schalter rot ist jetzt unten schwarzes oben in dem fall und wie gesagt das ganze werde ich nachher hier irgendwo ordentlich kabelbinder festmachen so dass man schalter nicht sieht da wird irgendwann hinkommen so jetzt ist der große moment gekommen soll ich jetzt erst das kennzeichen dran schrauben oder nicht was man zu alex nicht okay so freunde problem ist eigentlich müsste alex das an machen weil ich jetzt nicht sofort aber ich mache es jetzt und tada also ich finde es mega jetzt bremse und jetzt kann ich noch zeigen wofür der schalter ist wenn ich liegen jetzt einschalte und bremse dann habe ich auch so ein lauflicht ich persönlich muss es nicht haben aber wenig gefällt das wäre quasi die funktion die man mit dem schalter bedienen kann soll jetzt noch einmal mit der zusatzfunktion bremsen mit lauflicht schalter aus und ich habe einfach das normale bremslicht was mir persönlich genügt so also wie gesagt ich brauche dieses diese zusätzliche funktion brauche ich nicht diesem lauflicht deshalb habe ich das kabel hier oben abgetrennt das hat ein stecker dran den ich jetzt hier rein und dann kann ich das ganze wieder dran stecken so zum zum original der original hat ihren schwarz glänzenden rahmen hier sei jetzt auch schwarz matt passgenauigkeit muss sagen ist okay ist jetzt nicht so wie das original beim original die ich tatsächlich überall sauberer an aber es ist absolut okay also die spalt maße damit kann ich leben noch einmal bremsen für euch funktioniert genau ja das war's mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe euch gefällt der das rücklicht genauso gut wie mir ich verlinke euch natürlich in der beschreibung wo ihr das ganze herbekommt ist jetzt auch kein geheimnis zip ist aktuell glaube ich der einzige wo ihr es ordern könnt und ja wie gesagt verlinke ich euch alle alles und dann bis zum nächsten mal euer chris und bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.